Hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Kaliope Mini. Heute werden wir mit euch eine elektrifizierende Spieltour führen. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Professor Karl Opie. Hier sehen wir, wie das Spiel fertig aussehen könnte. Probieren wir es doch gleich aus, oder? Konzentration? Ach, Mist. Ihr merkt schon, jedes Mal, wenn ich mit dem Stab die Bahn berühre, dann schließt sich der Stromkreis und es ertönt ein Signalton. Und ich muss ehrlich gestehen, diese Spielbahn ist etwas zu schwierig für mich. Aber hey, bauen wir uns doch eine neue, oder? Legen wir los. Die Materialien für dieses Spiel bekommt ihr in jedem Bauhaus. Ihr benötigt dazu ein ausreichend großes Stück Holz sowie etwas Draht, welcher sehr biegsam ungefähr eine Durchmesser von 1 bis 2 mm haben sollte. Ihr benötigt davon zwei Stück. Einmal für die Spielbahn und einmal für den Spielstab. Der Spielstab sollte in etwa so aussehen. Das heißt, wir benötigen auch etwas Isolierband für den Griff. Als Werkzeug benötigen wir nur eine Zange und eine Bohrmaschine. Ich habe bereits das erste Loch für unseren Draht gebohrt. Selbstverständlich müssen wir noch ein weiteres Loch bohren, um das andere Ende des Drahtes mit dem Holzsockel zu verbinden. Als kleiner Tipp kann ich euch sagen, verwendet ein Linear, damit die Löcher auf der gleichen Höhe sind. Wie immer gilt natürlich Safety First. Wenn ihr kein Brillenträger seid wie ich, dann benutzt doch bitte eine Schutzbrille. Als nächstes biegen wir unsere Drahtbahn zurecht. Dazu kommt das eine Ende des Drahtes in unser erstes Loch und das zweite Ende natürlich in unser anderes Loch. Ich biege den Draht gleich mit meinen Fingern zurecht. Ich baue mir die gewünschte Schwierigkeit zusammen. Ihr könnt das natürlich auch schwieriger machen und falls ihr ein dickeres Stück Draht habt, dann verwendet doch bitte die Zange. Das ist viel einfacher. Den Start und das Ziel der Bahn klebe ich mit Isolierband ab, um zu verhindern, dass vor dem Start und nach dem Ziel eine Berührung zwischen Bahn und Spielstab detektiert wird. Denn wie ihr sicherlich wisst und der Name schon sagt, leitet das Isolierband keinen Strom, sondern isoliert diesen. Jetzt ist unsere Spielbahn endlich fertig und das einzige, was noch fehlt, ist der Spielstab. Dazu benötigen wir ein weiteres Stück Draht. Den biegen wir vorsichtig in der Mitte zu einer Schlaufe zusammen. Die Enden verzwirren wir. So, nun ist unser Spielstab endlich fertig. Aber bitte vergesst nicht, das Ende zu isolieren. Nun fädeln wir noch den Spielstab in unsere Bahn ein. Dazu lösen wir einfach ein Ende unserer Bahn, fädeln den Stab ein und befestigen das Bahnende wieder. Jetzt haben wir unseren handwerklichen Teil geschafft. Aber ihr fragt euch bestimmt, wozu benötigen wir unseren Calliope Mini eigentlich? Nun ja, der ist dazu da, um unsere Berührungen zwischen Spielstab und Bahn zu detektieren. Er wird ja quasi zum Schiedsrichter, der jedes Mal pfeift, wenn ein Faul begangen wird. Wie ihr vielleicht schon wisst, werden die goldenen Ringe an den sechs Ecken des Calliope Minis als Pin bezeichnet. Das kommt vom englischen Wort Pins, was elektrischer Kontakt bedeutet. Die beiden oberen sind mit einem Plus bzw. mit einem Minus-Symbol versehen. So kann der Calliope Mini als Stromquelle verwendet werden, weil ganz schwache Ströme über dem Minuspor ausgesandt werden. Diese Mikroströme können zu einem anderen nummerierten Pin weitergeleitet werden. Dadurch wird der Stromkreis geschlossen und genau das machen wir uns zunutze. Wir verbinden nun den Minus-Pin unseres Calliope Minis mit der Drahtbahn. Wichtig dabei ist, dass ihr den Draht und nicht das Isolierband trefft. Die andere Krokodilklemme verbinden wir mit dem nicht isolierten Teil unseres Spielstabes und das andere Ende kommt auf unseren Zweierpin. Was passiert, wenn der Spielstab die Bahn berührt? Ja genau, der Strom wird vom Minus-Pin über die Bahn geleitet. Weiter zum Spielstab bis zum Zweierpin. Wieso reagiert der Calliope Mini nicht? Ah, wir haben den Calliope ja noch gar nicht gesagt, dass er reagieren muss, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Starten wir mit unserem Programm. Ich, Professor Karl Opi, habe ein Flussdiagramm vorbereitet, damit ich euch den Programmcode gut erklären kann. In unserem Programm kann es zwei Zustände geben. Das Programm muss überprüfen, ob beim Pin 2 ein Strom ankommt oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann soll die RGB-LED in Rot leuchten und ein Signalton abgespielt werden. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, die Bahn mit dem Stab wird nicht berührt, dann soll die RGB-LED in Grün leuchten. Das bedeutet, es muss dauerhaft überprüft werden, ob der Stromkreis geschlossen ist. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob Pin 2 gedrückt war oder falsch ist. Das ruft ja förmlich nach der Verwendung einer Endlosschleife. So, und wie soll nun der Programmcode in OpenRoberta aussehen? Dieser ist diesmal zum Glück ganz kurz. Zunächst benötigen wir eine Endlosschleife. Alles, was innerhalb des Schleifenblocks steht, wird dann unendlich oft wiederholt. Und nun zum Herzstück. Die bedingte Anweisung oder einfacher gesprochen, den Wenn-dann-sonst-Block. Das ist die Überprüfung, ob eine Berührung stattfindet oder nicht. Wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist, dann ist alles okay und der Calliope Mini soll die LED nur auf Grün schalten. Das ist auch der Startzustand. Sollte eine Berührung detektiert werden, das heißt die Bedingung Pin 2 gedrückt ist wahr, dann schalten wir die LED auf Rot und spielen einen Signalton ab. Ladet das Programm auf euren Calliope Mini und probiert es aus. Es funktioniert alles wie erwartet. Aber jetzt, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Wenn ihr so wie ich auf Zeitdokumentation steht und euch vielleicht mit anderen messen wollt, dann könnt ihr den Calliope Mini auch als Stoppuhr verwenden. Drückt man auf Knopf A, wird die Zeitnehmung gestartet. Die RGB LED leuchtet grün und es ertönt ein Startsignal. Drückt man auf Knopf B, dann wird die Zeitnehmung gestoppt. Das waren jetzt zum Beispiel neun Sekunden. Die LED leuchtet rot und es ertönt ein Endsignal. Schauen wir uns den Aufbau des Programms nun näher an. Ganz zu Beginn legen wir zwei Variablen an, in denen wir später die Startzeit und die Endzeit speichern. Um die Zeitnehmung zu starten, muss Knopf A gedrückt werden und Knopf B, um die Zeitmessung wieder zu stoppen. Wird ein Programm gestartet, so wird auch gemessen, wie lange das Programm ausgeführt wird. Man kann also zu jedem Zeitpunkt die Laufzeit des Programms abfragen. Läuft ein Programm seit 5 Sekunden, so ist der Wert des Zeitgebers 5. Sobald die Stoppuhr gestartet wird, speichern wir uns den Wert des Zeitgebers in unsere Variable Startzeit. Wenn die Zeit gestoppt wird, speichern wir den Wert des Zeitgebers in unsere Variable Endzeit. Wie viele Sekunden liegen nun zwischen Startzeit und Endzeit? Nun ja, das ist eine einfache Rechnung. Angenommen, wir haben 5 Sekunden bei der Startzeit und 12 Sekunden bei der Endzeit. Dann müssen wir 12 minus 5 rechnen. Das wären 7 Sekunden. Also Endzeit minus Anfangszeit. Die Zeit wird nicht in Sekunden, sondern in Millisekunden gestoppt. Da es aber praktischer ist, die Zeit in Sekunden anzugeben, müssen wir die Millisekunden in Sekunden umrechnen, um auf unseren ganzzahligen Wert zu runden. Am Schluss soll die gestoppte Zeit am LED-Display angezeigt werden. Das ist der fertige Programmcode. Wo zu Beginn die Variablen Startzeit und Endzeit mit dem Anfangswert 0 erstellt werden. Das Programm wartet nun auf eine Eingabe. Erst nachdem die Taste A gedrückt wurde, werden die weiteren Befehle ausgeführt. Die Startzeit wird gespeichert, die RGB LED wird auf grün gesetzt und ein Signalton wird abgespielt. Danach heißt es warten. Nämlich so lange, bis die Taste B gedrückt wird. Ist das der Fall? Dann wird die Endzeit gespeichert, die RGB LED auf roh gesetzt und erneut ein Signalton abgespielt. In den Variablen Startzeit und Endzeit ist der Beginn und das Ende des Stoppvergangs in Millisekunden gespeichert. Da wir aber daran interessiert sind, wie viel Zeit zwischen Start und Ende liegt, müssen wir die Differenz bilden. Von der Endzeit wird die Startzeit abgezogen. Das Ergebnis wird wieder in die Variable Endzeit gespeichert. Du kannst aber auch eine neue Variable mit dem Namen Dauer anlegen. Wollen wir die Zeit in Sekunden ausgeben, müssen wir diese Dauer, die ja in Millisekunden angegeben ist, durch 1000 debitieren. Denn 1000 Millisekunden sind genau eine Sekunde. Bei der Division erhält man in einigen Fällen kein ganzzahliges Ergebnis. Daher muss gerundet werden. Und diesen gerundeten Wert können wir abschließend ausgeben und die LED ausschalten. Natürlich kann man das Programm für die Stoppuhr auch mit dem Programm zur Feststellung der Berührung zusammenführen. Dafür haben wir heute keine Zeit, aber falls ihr Lust habt, probiert es doch zu Hause aus. Um unser Programm zu testen, habe ich mir Verstärkung zur Seite geholt. Meine Assistentin Mini wird die Zeit stoppen und ich werde versuchen, die Drahtbahn so schnell wie möglich zu durchlaufen. Drei, zwei, eins, los! Yes! Fertig! Zehn Sekunden, Herr Professor! Das muss schneller gehen! Ja, da muss ich wohl noch etwas trainieren, aber ich hoffe ja beim Ausprobieren genauso viel Spaß wie ich. Und ja, ich freue mich wirklich schon drauf, wieder mit euch zu arbeiten. So wahr ich Professor Karl Opie heiße! Mehrícia Destell … Drei, zwei, drei, zwei, drei, drei … Untertitelung des ZDF, 2020